Es ist wieder Borzen-Zeit. Scheiße, das klingt scheiße. Es ist die letzte reguläre Sendung, denn die Hachinger haben ja am kommenden Wochenende ihr letztes... Aha, was wollte ich sagen? Passt so, oder? Von der Länge auch. Von den Gags. Geht's. Soll ich jetzt so einen schönen Rhyme auspacken? Die Müller-Pfu ist immer noch da, das ist unglaublich. Dann lass ich das einfach, weil dann macht's überhaupt keinen Sinn. Begrüßt mit mir jetzt Lukas, oder nee, ich hab was anderes gesagt. Nein, Take 3. Thomas Stein, Herr Fußballgott. Was könnt ihr denn da sagen? Komm mal. Ich weiß nicht, das sieht schon wieder so lustig aus. Zu einem Schlafzimmerblick. Gesundheit. Soll ich dann zu Haching wechseln bin. Und... Sorry, jetzt hab ich kurz den Faden verloren. Ähm... Ah, okay. Jeder kann tun. Aber so wichtig kannst du zeigen, was der Greg sagt. Das war Gerlinde Neumann, äh, Fanin. Nee, Entschuldigung. Scheiße. Ja. Ich hab gehört, ihr wollt beide ein bisschen lachen. Und da... Mhm. Ja, die großen Gesten. Hier, die. Leute, bitte. Was sind wir lieber nicht los? Ja. Ich verabschiege mich. Ich begegge mich jetzt wieder auf den Weg zurück nach Deutschland. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao. Servus. Ach du Scheiße. Wir spielen den kommenden Spieltag. Carl Zeiss Jena gegen Unterhaching vor bei FIFA. Ihr müsst auswärts antreten. Ähm... Bei Jena eben. Machen wir mal. Entschuldigung. So, Sebastian, können wir das nochmal machen? Sorry. Ja. Tu mir rein. Oh, kein Problem. Kannst du nichts sagen, Gets und Biggie. Kannst du mit dem Ball bitte nochmal spielen? Ja. Ich mag nochmal. Ich war ein bisschen zu spät dran. Ach so. Seh ich scheiße aus. Achhh. Ach-Ringer-Sportpark. Ach-Ringer-Sportpark. Ach se. Heißt da eigentlich noch Altenbau, oder heißt das nochmal Hall-Ringer-Sportpark? Ach-Ringer-Sportpark. Genau. Ach-Ringer-Sportpark. Wie gesagt. Spannend. Es ist wirklich die Atmosphäre. Es ist knistert. Macht es gut. Viel Spaß bei uns mit dem Spiel gegen Würzburg und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Ja, 12. Die Zipfel, echt, ey. War das schlecht? Jetzt hab ich das so gut durchgehalten. War das schlecht so mir. Oh, der sei ja auch noch da. Wenn es euch gefallen hat. Verdammt, erst den Bonus-Clip. Jetzt, 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 jetzt. Nein, ey, das gibt's doch nicht. So einen Dreck, ey, wieso kommt der nicht? Ah, das Kacke. Ich mach's noch einmal. Mh, lecker Gummibärchen. Leute, nächste Woche. Nee, Mann, wir machen das nicht. Verdammt, hier noch schnell zum Bonus. Oh, mein Gott, ey. Ich sollte auch vielleicht einfach nicht bei jedem mal einen Schluck Bier trinken. Hm, scheiße. Hast du was? Jetzt kommt das, tut mir sehr leid. Entschuldigung. Ah, ist halt scheiße. Fack, fällt uns nichts Lustigeres ein, Alter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.